Auch ein schönen guten Morgen, die Bremse ist gesetzt, Sie können uns anheben. Ein schönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Lindner, ich bin der Kapitän des heutigen Condor-Fluges von München nach La Palma. Zusammen mit meiner Co-Pilotin, Frau Patricia Kroos, möchte ich Sie einladen, kommen Sie mit uns mit, wir möchten Sie an unserem Berufsalltag ein wenig teilhaben lassen. Freizeichner von rechts. Freizeichner von der rechten Seite, schönen Tag noch, tschüss! Danke auch, tschüss! Anders Ex-Plan, 2600, Pernsee, Zero-Invest, T-For-Takeoff. Okay, ready? Echt mal so weit. Takeoff. 100? Checked. Go, rotate. Auf Nassanderkruz. Boah, genial, jetzt geht es noch mal richtig entlang der Ufer-Promelade. Ich stehe jetzt hier schon auf dem Vulkan. Radar-Contact, Torino-Firenze, Gwent2-Flight, Level 350. Das ist grandios. In La Palma haben wir nur einen Anflug. Die Landebahn ist so gelegen, dass weder von der einen noch von der anderen Seite ein direkter geradliniger Anflug möglich ist. Thunder 596 in Clear to Land. Thunder 596 Clear to Land, runway 01. Und wenn man jetzt im Querprofil von der Bahn sich anschaut, dann sehen wir, dass die Bahn erst mal ansteigt. Und ungefähr genau an dem Punkt, wo wir aufsetzen müssen, beginnt dann ein Downslope. Das ist natürlich bei einer kurzen Bahn dann mitunter nicht ganz ungefährlich. Sodass man hier dann auch rechtzeitig eine Entscheidung treffen muss, die Land und Land gegebenenfalls abzubringen. Checkt. Checkt. Auch das Auto ist completet. You have control. I have control. There you go. You're up. You're up. You're up. So schön. Also so schön ist seltener. You're up. So schön. So schön. Vielen Dank.